So, erstmal vor das Mikrofon kommen. Willkommen zurück bei Brennwett LP mit Sonja am Start. Hallo. Und weiter geht's mit Sports Champions auf der Playstation 3 mit den Playstation Move Sticks. Ihr seht sie nicht, aber wir haben sie in der Hand. Sonja hat die Sicherheitsschlaufe noch nicht umgelegt. Safety first. Sorry. So, ja gestern habt ihr gesehen Disc Golf. Jetzt spielen wir, ich mag es nicht, weil ich da auf die Fresse kriege. Gladiatoren, wir spielen wieder ein freies Spiel. Freies Spiel mit vielen, nichts im Lernen. Am Fluttheater wollen wir auch noch probieren. Am Flutnacht, Colosseo. Colosseo, ja nehmt. Warte mal, was ich anders gab. Colosseo, Nacht. Okay, wir nehmen wir Colosseo. So, zwei Spieler. Wie auf der rechten Seite, wie auf der rechten Seite. Es spielt keine Rolle. Lebebber-Weiß. So, ein Controller. Wir haben ja leider nur zwei. So, der Mie nimmt ne Dallas und Sonja nimmt. Was krieg ich denn jetzt drin? Rinn. So. Ja, hängt vom Schlagtempo und Punktetreffen, bla 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 bla. Ja, da krieg ich jetzt einen auf die Mütze, glaube ich. Mhm. Mhm. So. Ich hab gemerkt, meine Hose hört man in der Aufnahme. Aber egal. Siehst du doch aus. Du hättest wohl gern, ne? Mich stört das nicht. Ja. Bin Kummer gewohnt. Super. Hahaha. Au. So. Wir werden hier wie uns ausblenden. Ist wieder das selbe Problem. Nimm das hier. Ja. Ja, ich weiß. So. Dann Sonja. Sonja, die kein Gesicht hat, weil das Mikrofon noch vorsteht. Ja, so. Yeah, Dallas, baby. Und du hast ein größeres Schwert. Mhm. Oh, wie da vorne. Komm. Komm. Oh, wieso brauche ich den Sagen? Was? Ich muss drückseln in die Taste? Alter. Was ist los hier? Du willst mich vermöbeln, willst du mich? Ja, warte. Lass mich rasch aufstehen. Alter schon. Wieso hast du mich jetzt ausgelockt? Tja. Also. Dann haben wir nochmal. Ja, ich hab nicht gedrückt aus Basin. Du kannst super schlag. Oh, ey. Oh. Wie du lebst noch. Oh. Oh. Oh, Entschuldigung. Nimm das. So. Ha. Jetzt zeig dir, wo der Hammer hängt. Ich bin zweit auf dem Popo hier. Ey, ich fliege. Was machst du mit mir? Sei mal nicht so gemein. Superschlag also, ne? Meinst du? Komm, hoch, komm, hoch. Lass. Lass. Komm, alles. Hier. Boah. Du musst mir nicht viel sacken, deswegen. Doch, du hast gewonnen. Natürlich hab ich gewonnen. Was dachtest du denn? Was dachtest du denn? Halt so groß. Ja, ja. Ja, wir müssen jetzt hier ein bisschen überbrücken. Wir müssen jetzt eine halbe Stunde das machen. Wir haben ja eine halbe Stunde gemacht. Hältst du das durch? Okay, klar. Ich hab eine Tasse Kaffee getrunken. Dann muss ich mit unfairen Mitteln spielen. Mit unfairen Mitteln? Ja, das wüsste ich aber. So. Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. Alter. Na komm, aufsteh 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 auf. Ey. Guck mal. Kein Leben mehr. Eben, lock out. Ja, du hast mich aus dem Ring geboren. Ja. Haff, ich zieh. Auf dich. Popo. Oh. Komm. Nein, 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 nein. Steh auf. Komm, zerfrih. Ja, sorry. Komm, ordentlich zum Schlag. Ja. Immer von oben drauf. Ja, immer von oben drauf. Klasse, ja, ja, ja. Was geht denn hier, ey? Ich hab dich platt gemacht. Ach, tschalalalala. Okay, immer mal. Soll ich mich jetzt besitzen lassen? 2-1, 2-0 für dich, oder was? Ja, 2-0 für mich. Blöd. Gewinn eine Runde, den Gegner aus dem Ring beförderst. Genau. Nächster Tipp. Mach ihn einfach platt. Das ist alle auf einer, ey. Die schüllen auf dem Popo. Ach, komm schon. Tada. Ja, ja. Man soll sich nicht mit mir anlegen. Wie? Ach, oh, neuer Kampf. Zerf das doch. Nicht aus dem Ring befördern. Nicht aus dem Ring befördern. Oh, neuer Kampf. Nicht aus dem Ring befördern. Nicht aus dem Ring befördern. Nicht aus dem Ring befördern. Ja, 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 kämpfen ist schon anstrengender als Messbespielen. Ja, so ein bisschen, ne? Starkere Kondition. 3-0. Ah, so geht auch. Ah, okay. Versuch's mal. Wir kämpfen. Ähm, Katze hinter mir? Ja. Ja. Ah, 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 ah. Nicht aus dem Ring befördern. Knockout. Und du bist satt. Tja, ich würde mal sagen, blöd. 4-0. Ich bin in 2 gewinnt. Jo. Ich bin halt ein bisschen gewaltig, die ganze Zeit, es tut mir leid. Ja, ich merke das schon. Aber nicht schlimm, weil ich denke mal in der nächsten Zeit, wie lange wir das aufnehmen. Wir fangen jetzt kurz zu gucken. Ähm, wir nehmen jetzt knapp 10 Minuten auf. Ja, einen machen wir noch. Dann machen wir für die Stelle Kat, weil ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen zugegeben. Sonja. Ich musste mich mit meinem großen Bruder prügeln, deswegen. Ja. Ich nicht. Siehste. Aber das kann man erst hiermit vergleichen. Nein, so brutal war ich nicht zu ihm. Nicht immer. Nicht immer. Rein bei mir ist es noch. So, ja. Ich komme auch nicht zum Schlagen. Ich komme auch nicht zum Schlagen. Ich bin doch nicht gleich hier. Ihr müsstet da sehen, was die gemacht. Die fuchsen mit dem Arm hoch und runter. Nein, vorher habe ich es so gemacht. Weißt du, so unten seitlich. Achso, wir kämpfen schon. Sag das doch. Ein bisschen Beine wegfauen. Jetzt von oben. Ich komme auch nicht zum Schlagen. Ich komme auch nicht zum Schlagen. Ich gucke den Augen jetzt nur. Wolle, wolle, wolle. Was? Ja, du bist jetzt nur K.O. Nee. Das war's. Ich habe schon wieder gewonnen. Schön. Ja, schön. Ja. Er schwitzt ja. Ein bisschen. Nee, komm. Nächster Tag, nächstes Glück. Er gibt auf. Ich gebe auf. Er gibt auf. Ich gebe auf. Aber hier, morgen. Oder beziehungsweise nicht morgen. Mal gucken wann. Vielleicht nächste Woche, Wochenende oder morgen. Ich weiß es noch nicht. Da, Bogenschießen. Dann Bogenschießen bei Bot Championship. Bei Bremsbett IP. Und mit Sonja. Und Tschüss. Tschüss.